Sie sind die Spitze der biologischen Evolution. Sie sind launenhaft, widersprüchlich, desorganisiert. Über Entscheidungen wird debattiert, Aktionen werden hinterfragt. Jedes Individuum hat das Recht auf seine eigene, unbedeutende Meinung. Es mangelt ihnen an Harmonie, Zusammenhalt, Größe. Das wird ihr Verderben ihr Ruin sein. Als ob ich was dagegen unternehmen könnte. Und was soll ich nun deswegen unternehmen? Nichts, gar nichts.